Wir kommen nach drei Stunden und zwei Minuten. Und es wird ein Sprint zu der Linie sein. Eliasen gegen Schölzda. Wir können sie jetzt in der Distance sehen. Sie kommen in. Wir sehen die beiden da oben mit nur ein paar hundert Meter zum Ziel. Immer noch Eliasen. Was macht Schölzda? Schölzda ist ein schneller Mann, aber mit drei Stunden im Körper wird es hart. Hier kommen sie. Applaus, meine Damen und Herren. Rundfunk, meine Damen und Herren, Firanxie Sprint hier. Give them a big hand. Who's going to win? The first Kaiser Maximilian Lauf. As they're coming under the Seyfeld banner now. With the last sprint to come. Let's see if they're here. Ersene, also on air. As Matt Schölzda. Schölzda ist ein schneller Mann. Und nicht viel Foto-Finish haben wir.